Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur heutigen Marktanalyse. Der S&P 500 hat gestern gedreht und im Plus geschlossen. Damit wurde die Umkehrkerze des Vortages nicht bestätigt. Die Abholen arbeiten aber nach wie vor gegen den langfristigen Trend. Das und mehr wollen wir uns gleich ein bisschen näher anschauen. Den Risiko und Weiß gibt es wie immer vorab. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollte ich natürlich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir rüber zu den Charts. Wir fangen mit der Wall Street an und schauen mal auf den S&P 500. Der langfristige Abwärtstrend ist nach wie vor intakt. Es wurden immer wieder tiefere Tiefs erreicht, aber im kurzfristigen Bild, im 4-Stunden-Chart, hat sich einiges getan. Das ist der letzte Abwärtsimpuls gewesen. Da gab es die Trendbestätigung auf der Unterseite. Nach einer langen Seitwärtsphase gab es aber eben einen Ausbruch nach oben und das könnte möglicherweise der Startschluss sein für eine Januar-Rallye. Wie sieht es beim DAX aus? Der DAX hat in diesem Jahr bereits insgesamt um knapp 1.000 Punkte zugelegt. Läuft jetzt aber auch in den nächsten Widerstandsbereich rein, nämlich das Hoch vom März 2022. Ihr könnt es sich jetzt entscheiden. Abpraller für die Korrektur oder Ausbruch nach oben für eine weitere Rallye. Euro-Dollar. Wir sehen im Tageschart, dass das Währungspaar versucht, über das Dezemberhoch auszubrechen. Das ist bereits der erste, zweite, dritte Versuch in Folge. Die Bullen bleiben hartnäckig, sind aber nicht in der Lage, diesen Bereich nachhaltig zu knacken. Der Goldpreis versucht, das Junihoch zu durchbrechen. Es gibt bereits eine dreiwöchige Gewinnserie. Möglicherweise könnte diese für eine weitere Woche ausgebaut werden. Auch hier wird es eben eine wichtige Entscheidung geben. Möglicherweise bereits im heutigen Handel, sprich Trendbestätigung oder ein kurzfristiger Rücksetzer, um von dort aus vielleicht wieder anzugreifen. Kommen wir zur Ölsorte WTI. Es gibt einen Erholungsversuch in dieser Woche. Der Erholungsversuch ist aber bisher nicht wirklich erfolgreich gewesen. Das zeigt uns der lange obere Schatten. Und der kurzfristige Chart, der 4-Stunden-Chart, zeigt, dass wir einen Aufwärtsimpuls hatten. Das könnte eine komplexere Korrektur sein. Und um den Markt dann wieder deutlich unter Druck zu setzen, da wäre eben ein nachhaltiger Bruch hier unten notwendig unterhalb von 73 Dollar und 23 Cent. So, das war es von mir. Eine ausführlichere Analyse gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.